Unser Team von angelfreunden Roden im Harz ist heute zu Gast in Dänemark und zwar in Knutshofen auf der Mole. Wir sind gerade dabei wunderschöne Hornetchen zu fangen. Die Jungen sind richtig gut drauf. Wir angeln mit Spirulino, ca. 1,50 Meter Vorfach, kleinen Drilling und Ehringsfett. Wäre natürlich toll, wenn jetzt gerade mal einer beißt. Das natürlich nicht. Sehr sportlich. Hier, können Sie das an? Ja. Aber kann ich ja nichts? Nein. Wieder reinsetzen? Nein. Gefangen. Bleibbe. Kalkiere. Boddy? Nolko? Ja. Jo, abgerissen. René Seifert fängt einen rum nicht. Mirko könnte auch was dranhängen. Ja, das hängt. Jo, abgerissen. Jo. Und dann... Jo, abonniere Fisch. B're nass. Ich bin ein tack. Juhuer!